Schönen guten Tag, mein Name ist Joachim Holzschneider und ich bin der Regionalleiter für Gesundheitsmanagement in der Siemens AG für den Bereich im Westen. Und heute wollen wir gemeinsam für unser systemisches Gesundheitsmanagement bei der Siemens AG einen Betriebsarzt anwerben, der uns unterstützt im Bereich Frankfurt, letztendlich Deutschland Mitte in der Betreuung unserer Kunden. Systemisches Gesundheitsmanagement setzt sich wie zusammen, ihr zwei? Genau, mein Name ist Alexandra Mössner von der betrieblichen Sozialberatung, schon viele Jahre in Frankfurt in dieser wundervollen Stadt tätig. Und was macht Sozialberatung bei Siemens? Beratung von Mitarbeitern, Führungskräften und Teams zu allen Themen, die Einfluss auf das Wohlbefinden und die Leistungspfähigkeit nehmen. Und ich freue mich auf Sie, mit Ihnen gemeinsam das Thema Gesundheit für unsere Mitarbeiter in Frankfurt voranzutreiben. Ja, und der dritte Teil des Health Management ist Health Promotion. Das heißt also, wir sind für die Themen zuständig, unter anderem Ergonomie, Bewegungsförderung, Stressbewältigung zum Beispiel. Und ich bin von Hause aus Gesundheitswissenschaftler und Sportwissenschaftler und bin jetzt im fünften Jahr bei der Siemens AG. Und ja, freue mich, Teil eines tollen Teams zu sein und hoffentlich Sie bald kennenzulernen. Und zur Vervollständigung dieses Dreiklangs suchen wir möglichst zeitnah eine betriebsärztliche Nachfolge. Und die Aufgabe des Betriebsarztes ist einerseits die Ergänzung der Tätigkeiten im Dreiklang und natürlich die Basis sind die arbeitsmedizinischen Regeln, die natürlich auch in der Betreuung unserer Klienten hier vor Ort gelten. Vielen Dank und wir sind gespannt. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020